... ... ... Vor 5000 Jahren haben die hier eine Technik entwickelt, die Bisons So, vor etwa 5000 Jahren haben die Indianer, die Blackfoot-Indianer, ganze Bisonherden, die das Cliffhunter tragen, und die Archäologen haben Knochenfunde gemacht, dass hier unten der Bereich heute 10 Meter höher ist als vor 5000 Jahren. Nur Knochenreste. So, das ist jetzt hier tatsächlich das Hauptbegriff hier oben, das und das war 5000 Jahre vorher einfach schlicht und ergreifend 10 Meter tiefer in die Schlucht das ist einfach angesammelte Brücke und da natürlich die Erde darüber gewachsen ist. ... 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